Musik Hausarrest für alle, Isolation für alle, das Verbot andere zu treffen für alle, das Verbot von Nah- und Fernverkehrsverbindungen, Zugverbindungen, Busverbindungen, öffentlichem Personennahverkehr. Angela Merkel hat es zwar offiziell dementiert, das angedacht zu haben, aber sowohl die Bild-Zeitung wie auch der Münchner Merkur haben darüber berichtet, irgendein Körnchen Wahrheit wird wohl dran sein. Fakt scheint zu sein, Merkel möchte mal wieder sich mit der undemokratischen Ministerpräsidentenrunde treffen und dort einen härteren Lockdown für Deutschland auszubaldobern, weil man sich nicht mehr mit der Situation zurechtzufinden weiß. Ja, sie haben das ja angefangen mit dem Lockdown und er bringt nichts. Uns hat man Masken vorgeschrieben und sie bringen nichts. Uns hat man Abstand vorgeschrieben und er bringt nichts. Uns hat man letztendlich einen Lockdown übergezogen, man hat die Gastronomie kaputt gemacht, man hat die Hotellerie kaputt gemacht, man hat viele Einzelhandelsgeschäfte kaputt gemacht, man hat den Mittelstand kaputt gemacht und das alles bringt nichts. Und weil ja die Regierung aus dieser Logik nicht mehr rauskommt, versucht sie jetzt immer noch einen drauf zu geben und noch einen drauf zu geben und so steht wirklich zu befürchten, dass wir im Februar in einem Total-Lockdown landen. Das heißt ja immer, es sei ein Total-Lockdown, aber dann lässt sich Angela Merkel immer noch was Schlimmeres einfallen. Nun soll es also darum gehen, die Menschen komplett zu isolieren, sie quasi alle in den Hausarrest zu stecken und auch Arbeitgeber zu verpflichten, ihre Arbeitnehmer ins Homeoffice zu schicken und all das soll noch eben zementiert werden durch ein Einstellen der Verbindungen von Nah- und Fernverkehrszügen. Nur da stellen sich natürlich Folgefragen. Wie soll dann bitte unser Land noch funktionieren? Wie soll der Fleischer bitte schön zu Hause ein Schwein schlachten? Wie soll die Altenpflegerin, ohne dass sie Zugang zu U-Bahn, S-Bahn oder Regionalverbindungen hat, bitte schön noch ins Altenheim kommen, um dort die Pflegeleistungen zu vollbringen, die ja auch nötig sind. Die Menschen müssen dort gepflegt werden. Wie soll das alles funktionieren in einem Total-Lockdown? Hat man sich überhaupt die Konsequenzen überlegt und wird er überhaupt etwas bringen? Es ist wirklich an der Zeit, nun endlich das umzusetzen, was die AfD-Fraktion von Anfang an fordert. Nämlich keinen Komplett-Lockdown der Gesellschaft. Kein Lockdown irgendwelcher Branchen, das hat überhaupt keinen Wert. Sondern, dass der effektive Schutz der Risikogruppen und der erfolgt immer noch nicht. Die alte Oma muss immer noch im Einzelhandel einkaufen gehen. Im Pflegeheim werden immer noch nicht genügend Maßnahmen umgesetzt, um die alten Leute zu schützen. Sie werden isoliert, aber trotzdem wird das Pflegepersonal auch nicht ausreichend geschützt. Und all das sind Dinge, an denen Nachbesserungsbedarf besteht. Wir müssen vor allem auch mal wirklich dieses Virus genau anschauen und durchleuchten. Ja, natürlich gibt es Infektionszahlen, wie bei übrigens jedem anderen Virus auch. Die gibt es bei der Grippe auch, die gibt es bei der Influenza und so weiter und so fort. Aber wenn wir uns genau anschauen, wer infiziert sich und wer von den Infizierten hat denn überhaupt schwerwiegende Folgen oder stirbt daran, dann stellen wir fest, dass dieses Virus vor allem nur für die Altersgruppen 80 plus tödlich ist. Darunter gibt es auch Todesfälle, aber deutlich weniger. Und auch die langfristigen Folgen sind deutlich geringer. Ja, und auch das Argument, dass die Intensivbetten nicht ausreichen würden, zählt nicht. Das hat die Regierung zu verantworten, denn sie hat ja zu verantworten, dass reihenweise Krankenhäuser geschlossen haben, dass reihenweise Betten abgebaut wurden, die wir jetzt natürlich brauchen würden. Wenn ich das Gesundheitssystem erst kaputt spare, dann darf ich mich natürlich nicht darüber beschweren, wenn in einer Krisensituation dann die medizinische Versorgung nicht reicht. Das ist ein weiteres Versagen von Angela Merkel und Gesundheitsminister Spahn, dass wir einfach nur immer wieder anprangern können. Ich hoffe und bete für Deutschland. Ein Lockdown, ein Total-Lockdown, wie ihn Angela Merkel nun andenkt, würde dieses Land endgültig wirtschaftlich ruinieren. Aber wie wir ja auch in der Debatte gehört haben, ist das Ziel eine ökologisch-soziale Marktwirtschaft, nicht die soziale Marktwirtschaft und in diese Richtung tendiert die CDU ganz, ganz, ganz gewaltig. Corona wird da auch gerne missbraucht, um in diese Richtung zu kommen. Da wirft man auch gerne demokratische Prinzipien über Bord. Genau deswegen haben wir die Regierungsfraktionen übrigens mit den Fraktionen auch der Opposition außer der AfD beschlossen, dass nun Aufstellungsversammlungen für die Bundestagswahl nicht möglich sind. Meine Damen und Herren, ja, wir sind in einer Krise. Wir sind aber vor allem in einer politischen Krise, doch mehr noch als in einer Gesundheitskrise. Dieses Virus ist ein Problem, aber wir müssen endlich die richtigen Lösungen finden. Wir müssen endlich die Lösungen finden, die Risikogruppen schützen und nicht das ganze Land in Mithaftung nehmen. Und wir müssen, ja, wir müssen auch riskieren, dass sich mal der ein oder andere damit infiziert. Mein Gott, ich hatte es, selbst Thomas Seitz, mein Kollege, mein MBB-Kollege hatte es. Er hatte es sehr schwerwiegend, er hatte einen sehr schweren Verlauf. Und dennoch sagt er, Freunde, diese Pandemie-Maßnahmen, die sind nicht angemessen. Und ich glaube, wir können durchaus auf jemanden hören, der gerade von der Schippe gesprungen ist und der trotzdem noch schafft zu abstrahieren zwischen seinem persönlichen schweren Schicksal und eben der Politik für die Allgemeinheit. Diese Politik für die Allgemeinheit von Angela Merkel ist falsch. Es ist falsch, Deutschland in den Lockdown zu schicken. Es ist falsch, Branchen kaputt zu machen. Es ist falsch, das Freizeitvergnügen der Leute zu ruinieren. Richtig ist allein die Isolation der Risikogruppen. Alles andere wird nicht helfen, denn die Grenzen sind ja weiterhin weit offen. Illegale Migranten kommen weiter ins Land. Weiterhin ist Reisen möglich, ohne großartige, wirkliche Überprüfungen. Wer sich drücken möchte, der kann. Und solange wir da keine Antwort darauf finden, bringt er auch ein Total-Lockdown, wie ihn Angela Merkel nun plant, nichts außer einem großen volkswirtschaftlichen Schaden. Aber der scheint ja dem einen oder anderen gerade recht zu sein. Herzliche Grüße.